Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Radio ZK Session live aus dem Studio 1 am Kopernikusplatz begrüßen Sie mit uns Brickwater and this Jens Holt Band. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Radio 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 ZDF für funk, 2017 So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 And it's all the question that follows Having a hard time It's the jubbiest thing It's guessing the way And I drown in It's the heavy truth I'm dying around your feet And it feels like All you ever tried Was to say Tired When you're on it It's the best of how And it feels like It's the best of how And it feels like It's best by the day You're old And it feels like It's best by the day And it feels like It's best by the day And it's the self I'm a dancer And you're old And it feels like Der mit der Mütze! Der mit der Mütze! Der mit der Mütze! Ist das der Bratenstein, von dem alle reden? Jan, du kannst uns bei Whatsapp schreiben, wenn das zu viel des Guten ist. Aber wir ignorieren das. Elephant Band, wenn du uns jetzt hörst, dann mach mal so einen Live-Chat auf. Oder so einen bei Twitter. Nimm mal mit deinem Smartphone. Bist du bei Twitter? Jens Holt-Bernd. Ob ich bei Twitter bin? Das Internet setzt sich nicht durch. Ich glaub gar nicht dran. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Hype. Alles Hype. Das ist alles Quatsch. Wie die Telefonzelle. Wenn sich das Internet durchsetzen würde, warum gäbe es nur noch so viele Briefkästen? Eben. Ganz am Ernst. Das ist totaler Quatsch. Also wenn es einer weiß, dann die Deutsche Post. Wir sind hier um Meinung zu machen. Wenn wir schon mal Öffentlichkeit bekommen dann. Eine Meinung. Das ist totaler Quatsch. 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 It's okay, we can talk it out Guess I already know your points It's all superb, I've got no more We both think we sound right This duration takes place And we run down Between losing my less patience and high In the background singing songs that I don't like Oh, it's quiet now, what it seems to be A fill of ground beneath my skin I can smell the fire from the blouse Oh, the hypocrites sing the songs of the difference Like goodbye, the cowards believe that they all feel the fire Oh, it's quiet now what it seems to be Untertitelung des ZDF, 2020 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 ELEPHANT BAND! ELEPHANT BAND! ELEPHANT! Wir sind natürlich Brickboarder, aber wir kennen auch den anderen. Spielen wir direkt noch eins? Ja, ich glaube schon. Ich muss hier nur wieder rauskommen. Das ist eine Paketbandlösung. Paketschuhe. Paketband habe ich probiert, wo es klebt. Wäre aber auch geil. Wir haben jetzt schon eingegaffert. Eingegaffert. Wir haben so ein super wichtiges neues Ding am Laufen. Oh ja, erzähl mal was. Das Projekt nennt sich Mäckele. Wir wollen da irgendwie so ein neues Ding aufziehen. Nein, du meinst Folk's Worst Nightmare, ne? Folk's Worst Nightmare. Das ist genug Werbung für Folk's Worst Nightmare. Ich habe gehört, wenn man Folk's Worst Nightmare dreimal vorm Spiegel sagt, dann kommt Folk's Worst Nightmare von hinten in den Stich nehmen. Man darf auch nach Mitternacht nächstes Mal füttern und ja, nicht mit Wasser. In Berührung. Keine Mitglieder von War Folk's Worst Nightmare mit Wasser in Berührung kommen. Jan, ich erwarte immer noch Wortmeldungen aufs Handy. Wahrscheinlich hört er gar nicht zu. Jetzt ist es raus. Gestern hat er versprochen, er hört zu. Ich glaub, er hört nicht zu. Scheiße vor ins Internet. Da liest es wieder keiner. Das ist ja immer das Ding mit dem Internet. Das Lied heißt Zombies. Die Aussprache ist ganz wichtig. 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 Das ist ja immer noch. Die Aussprache ist ganz wichtig. Die Aussprache ist ganz wichtig. weil auch Jan Bratenstein vertraut anscheinend nicht aufs Internet Vollkommen zurecht den Song unterbrochen Auf jeden Fall, das war's wert So, wo steigen wir jetzt wieder ein? By All By All Oh, I still can't remember The words of joy and wealth The more they tear me down The more I celebrate myself And this is a reflection About living Oh, it's straight up By all we come about Yeah, by the lies We should believe it That more and more I still don't know what you are So, cheers up to a blue thinker's heart Say it all right It happened all again All the nice and nice and nice Fucked all the beautiful Reasons for the desire Toe all the grass Say it all right Have I ever been so Oh, there's anger in my heart and mind And I just wanna break someone down But you're too far away Has it all? Oh, there's anger in my heart and Alles So, we have used Black Elephant Bands bürgerlichen Namen. Echt? Danke, danke, danke. Das Publikum schläft aus. Das ist ein Heimspiel hier, da geht das. Da geht das. So, einen haben wir noch, oder? Machen wir einen noch? Ich bin Jens Schmidt. Oh ja, ich denke, Refrefer gibt es auch nicht. Man kann ja mal erklären, was, folks, Nightmare ist. Ein Konglomerat des Bösen sozusagen. Ohne das Böse. Ohne das Böse, also nur ein ganz normales Konglomerat halt. Mit Bier trinken und ein bisschen rumhängen. Genau. Wir machen Konzerte und Schabernack. Gibt es schon eins, was demnächst ansteht? Das war jetzt so eine gemeine Moderatorenfrage, die man immer gefragt würde. Gut, dann hat man keine Ahnung, jetzt frage ich dieselbe Frage, aber auch keine Ahnung. Ich würde im Internet schauen, aber ich glaube nicht ans Internet, meine leeren Hosentaschen sagen aber nein. Nee, das ist gerade falsch. Das steht jetzt gerade nichts an. Vielleicht kann der Jan noch was schicken. Genau, Jan, schick uns doch mal die Daten, dann können wir die am Ende nochmal durchsagen. Wir spielen jetzt noch einen Song und Jan kümmer dich mal um die Promo. Das ist jetzt echt richtig, Jan, jetzt ist der Short. Einen Lied haben wir noch. Ich setze mich mal hin. Bock mehr, oder? Ja, okay. Ich will meine Kohle hin und will ich auch hier raus. Es gibt heute nur was zu essen, nur nach der Koalik. Das ist mehr als Songs. Ja, wir haben da nur so ein Zwischendier. Ich muss ihm ganz viel Geld geben meistens. Das ist immer, wenn man so Quatsch labert und dann wieder so ein ganz todtrauriges Lied spielt. Bank hat angerufen, Konto voll. War wieder so, Herr Hold. Das ist doch wieder mal. Also schlechte Nachrichten, Konto ist schon wieder voll. Das ist doch wieder mal. 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 Das ist doch wieder mal.